Masterpieces, die kultigen und echten Pirate Jumpers Modelle, erkennbar an ihren charakteristischen Details, wie der gelbe Haken, der PJS Aufnäher und die orangefarbene Nähte auf beiden Schultern. Gobi ist das Bomber Modell dieser traditionsreichen Jacken der Pirate Jumpers Familie und ist jede Saison wieder ein Bestseller. Dieses Modell aus laminiertem Oxford Nylon hat eine robuste, wasserdichte Außenjacke und ein herausnehmbares Futter aus 90 Daunen, 10 Federn. Dies gestattet Ihnen die Wärme je nach Außentemperatur zu regulieren. Getapeter Saum an Kapuze, Schultern und an den Armlöchern machen die Jacke an diesen kritischen Stellen wasserdicht. Die Arme sind an den Ellbogen verstärkt für noch mehr Strapazierfähigkeit. Das Modell Gobi ist mit vielen praktischen Taschen ausgestattet, welche viele Möglichkeiten zum Verstauen bieten. So auch eine geräumige Cargotasche mit einer Netztasche, zwei Handwärmetaschen vorn, sowie zwei Innentaschen. Die Kapuze ist mit einem Band regulierbar und hat einen luxuriösen, abnehmbaren Echtpelzsaum, der der Jacke einen modernen Look verleiht. Für ein schönes Gefühl auf der Haut befindet sich hinten am Kragen ein Kunstchairing-Einsatz. Und natürlich darf der exklusive PJS-Haken am Kragen nicht fehlen.